Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt noch arbeiten würde, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen. Niedel, bin ich doch geschafft. Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können. Können. Aber... No way. Ich weiß gar nicht, was das heißt, aber es ist auch egal, es sitzt hier schon.